Jo-o-o-o-o-o-o-o-o Jo-o-o-o-o-o-o-o-o What's up, what's up, what's up, herzlich willkommen to the stream sniper, stream sniper, streamy, streamy, stream sniper, stream sniper Moin Jungs andarztlich Willkommen auf dem offiziellen LGع Kick Highlights Kanal Dieses Video enthält wichtige originale Kommentare unter den Clips Diese müssen zum besseren Verständnis der Highlights beachtet werden. Viel Spaß. sind aber du 500 spinnst, kann ganz schnell 10 Minuten streamen werden, vorbei. Option Nummer 2. Wir spielen Taui auf 3 Euro, 4 Euro Racer Spiele. Bei der letzten Taui versuchen wir zu streamen. Nummer 3. Ich versuche mit 2 Mille auf 3 Mille mit 10, 20, 10, 30 zu kommen und dann können wir locker Taui auch spielen und dann haben wir 2 Mille für streamen. Sucht es euch aus. Option 2. Option 2 war, was war 2, Bruder? Was war Option 2? Bitte kein All-In. Was war Option 2? Ich habe vergessen. Easy Slot und bei Taui versuchen wir zu streamen. Wir machen das anders. Wir versuchen mit Taui so auf 3 Mille zu kommen und wenn nicht funktioniert, dann machen wir Taui's Täterin. Weil ich bin mir sicher, der geht. Der haut jetzt die 1000 raus. Wie gut ist. 500. Stufensystem. Viel Glück. Ja, danke. Wir sind nach Hause unterwegs. Der frisst doch safe. Aber egal. Wenn er jetzt gibt, dann ist das doch abgekatertes Spiel. Da sollte nur Taui geben. Nur Taui. Dann spielen wir Razor Shark auf 3. Geil wie die kleinen Mäuse. Arme. Toto und Harry. Verlängerung bringt auch nichts. Das ist schon eine krasse Abzocke, ne? Verstehen sich, wie die Leute bei dem Spiel gewinnen. Wunder. Guck dir diese Abzocke am Ende an. Gebt nochmal Arme hoch und Ringe. Ringe. Herr der Ringe. Alter. Gibt noch irgendwas. Super. Arme. Blau ist drin. Arme. Okay. Und jetzt noch. Aha. Und jetzt noch irgendwas Lilanes. Noch ein Lilaner wenigstens. Wenn du schon nicht die Ringe gibst. Ja. Und jetzt noch die Ringe. Ah. 2, 4, 6, 1. Ringe. Ja. Nochmal was. Komm. Pokale. Ja. Und Arme hoch auf 1000. Das sind die Tausender jetzt. Komm. 34. Arme. 2 Lieder nur noch. Boah. Guck mal. Wie viel ist das? Boah. Taug ist drin. Ah. Ich bin wieder da. Schon gewusst. War neu am schwitzen. Am sterben gewesen. Am sterben. Jetzt einmal aus 4 und dann raus 4. Jubel. Lass uns sehen, wie geil der hier geht. Ich dachte, das sind diese Tausender Modus. Ich schwöre dir. Wer ein 4 und 3 Schmille gewesen wurde. Jetzt. Ruh mal. 400 Euro geklaut. Einfach. Purer Diebstahl, Bruder. 1500. 500. Was weiß ich. Gelb ist drin. Arme hoch. Lila. Zwei Stück fehlen noch. Eine Reihe gerade voll mit Ringen. Hab ich auch noch nie gesehen. Jubel. Gib doch dein... Was ist denn mit deiner F*** in Ordnung? Echt. Gerade weil ich Poker. Da hab ich beim Pokern Pech gehabt. Aber beim Dinges hab ich Glück gehabt. Bei Fußball. Da hab ich gute Scheine getroffen. Aber Pokern, Bruder. Da war halt einer. Der war mein Kryptonit. Schwierig. Die Aura war schlecht. Wer ich da nicht abkomme? Ich bin Brand. Sonntag. War aber der Tietun nicht fertig. Heute ist noch Sonntag. Aber morgen fang ich mit Sport an. Nein, danke. Wallah. Uns hilft ein Dillek bestellen. Die Hand gehen dann weiter zu dir, wenn du willst. Wallah. Dafür gibt es jetzt eine 2500 Münze. Nur weil ich Essen ausgeben wollte. Ja, 2500. BAM. Gib doch noch zwei Nullen dahinter. Okay, Bruder. Wenn du willst, sag mir Bescheid. Ich bin noch wach. Ich hab gleich ein Spiel im Auge. Ich hab heute krasse Scheine getroffen, Jungs. Aber halt nicht online. Aber was heißt nicht online? Besser. Uah. Das Fluss ist hier auf Hand. So. Besser. Ich schwöre, als online. So tippen ist besser. Guck mal, was für Scheine ich getroffen hab. Ich schwöre dir. Erstmal den. Guckt euch mal den an. Das ist Marseille, Paris. Über 2,5. Ganzes Spiel. Und Rom. Erster Halbzeit 1,5. 2 Mille. 4. Nee. 900. 4.000. Dann das gleiche umgekehrt. Äh. Paris. Erster Halbzeit 1,5. Rom. 2,5. 900. 4.000. Bam. Bam. Und dann nochmal 2 Mille. Noch ein Tor bei Rom. Noch zwei Tore bei Rom. Nach Halbzeit 3,8. Alle reingekommen. Die ersten zwei Scheine in 8 Mille mit 1,8 in der Halbzeit reinkommen. In der Halbzeit schon. Das war geil. Ohne Auge besser. Ja. Hast du recht. Bruder, was heißt Hammer? Oh nein. Soll ich dir sagen? Guck mal, ich hab mir 5 Mille geliehen von Scarius. Obwohl ich geschworen hab. Ich leih mir nie wieder mal Geld. Aber ich war wieder Poker so. Aber ich hab meinen Kollegen von mir, der ist ein krasser Pokerspieler. Wo er der Under the Gun, Ray, die Sitzposition. Der spielt, der liest Bücher, der macht Tabellen. Der Nico Dieter mei heute Abend. Hab ich gesagt, der gewinnt heute Geld. Hab ich gesagt, hab ich mir für den 1,5 eingekauft und für mich 1,5. Bruder, ich war am Ende so gut. Ich hatte 8 Mille plus. 8 Mille plus, warte. Plus 3 Mille Chips und der hatte 2 Mille. Ich war bei 13.000. Am Ende verliere ich diese Chips. Kaufe ich mich ein, kaufe ich mich ein. Nehme ich wie. Nehme ich, hab ich noch 4, 6 Mille. Mach ich 2 Mille auf diesen Schein. Kommen diese 3, 8. War ich wieder bei 7, 8. Hatte noch so ein Taui. Den hab ich gesagt, blind. Und mein Kollege hat 4, 3 gemacht. Ich meine 12, genau. Aber 5 Scarius. 4 gerade abgegeben. Meinen Kollegen hab ich Taui gegeben. Ich hab selber 1.300 Euro. Aber 5 Mille von Scarius zurück. Die liegen hier. Das waren die, die ich gerade gezeigt hab und angegeben hab. Das sind nicht meine. Mein Geld ist das hier. Das war mein Gewinn. Und Taui hab ich meinen Kollegen gegeben. Und das ist mein Gewinn. Das sind so 1, 3. Und 4 Mille aber Schulden bezahlt. Aber diese 4 Mille Schulden. Ich hab gleich einen. Guck mal, was ich bei denen mache jetzt. Ich hab ein Spiel im Auge. Boah, das kann mich gleich retten. Ich hab ein Spiel im Auge. Ich weiß, um 0.30 Uhr. Orlando. Major League. 1.30 Uhr. 2 Tore. 2 Mille. Ganze Spiel 3,5 Uhr. Wenn 1.30 Uhr 2 Tore bekommen, kann diese 3,5 kommen. Bam. Dann kommt der wieder. Bonus hier rein, Junge. Und dann läuft das. Ich mach das gleich. Das ist gleich mein Schein. Ich schwere dir. Ich warte nur bis 0.15 Uhr. Ich hab den schon fotografiert. Wunder, guck damit ihr seht, was wir im Psycho spielen. Ich hab diese Scheine schon fotografiert. Hier, Orlando City gegen Charlotte. Das sind 3,552. Plus Orlando City Charlotte 1,549. So, 4,9 plus 5,2 sind. Wart, sagen wir mal, wir nehmen von der 5,2 Leine. Wir sind bei 10.100. Minus 4 Mille, dich geschaut und 6 Mille auf Tasche. Ich bin, bisschen wie ich schlafe. Ich geh morgen in Thermen, ich geh mit Bauch und hab den geilsten Körper. So, fühle ich mich dann, umso bin ich dann auch. Mit Bauch, den geilsten Körper. Wenn ihr euch geil fühlen wollt, wenn ihr so Leute seid, die Fitnessstudio gehen, ne? Und die so, sich ein bisschen so schlecht vorkommen, weil da hast du eine Kante, die kommt euch zu verdünnen. Geht morgens Therme. Das ist nur alte Morgenssauna, alle in Whirlpool, alle alt. Ihr seid da das Highlight. So fühle ich mich dann immer besser und starte in den Tag. So fühle ich mich dann.